Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes über den Besuch von Präsident Putin in Nordkorea. Der russische Präsident ist endlich in der Hauptstadt Pyongyang gelandet und hat offiziell seinen ersten Besuch in Nordkorea nach 24 Jahren begonnen. Die Delegation von Putin umfasst den Verteidigungsminister Andrzej Belusow, den Außenminister Sergej Lavrov und die Leiter der russischen Raumfahrtagentur unter strengen Sicherheitsmaßnahmen. Er besuchte die Stadt zuletzt im Juli 2000 zu Beginn seiner präsidialen Karriere. Damals wurde das Land von Kim Jong-il regiert, der 2011 starb und von seinem Sohn Kim Jong-un abgelöst wurde. Beide Führer werden erwartet, diese Reise zu nutzen, um die starken Verbindungen zwischen Russland und Nordkorea zu demonstrieren. Putins politischer Berater Yuri Ushakov hat ebenfalls signaliert, dass die beiden Länder ein Sicherheitspartnerschaftsabkommen unterzeichnen könnten. Mindestens ein Kampfflugzeug begleitete Putins Flugzeug, als es über Russland in die östliche Stadt Jakutsk in Sibirien flog. Dies ist der erste berichtete Fall einer Begleitung durch Militärflugzeuge innerhalb des Landes, laut der investiativen Zeitung Agentsch-Tfo. Putins Flugzeuge wurden zuvor nur während ausländischer Besuche militärisch eskortiert. Putins Flugzeuge Putins Flugzeuge